So Freunde, da ist am Start das neue, frische Centurals 100er Pack und da wollen wir nochmal reinschauen. Ein Team of the Week lächelt uns das schon mal an. Oh, drei! Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. 50 Duplikate, wir haben Dybala, den wir da zählen, wir haben Coman, Carrasco, Feko noch 85er, dann geht es rein in die 84er. Mal schauen, was eben jetzt im nächsten drin ist. Benacer, Leno, Acuna als Team of the Week, das ist schon mal gut. Gut, da ist weiteres Futter am Start. Die Frage ist, was ist in den Duplikaten und was ist hinten dran? Ist dann Centurians oder eben nicht? Da ist die Frage. Oh, er macht es spannend. Okay, Quartes und hinten drin? Leider nichts mehr. Schade. Vorne ein bisschen Futter, nach hinten, naja. So Freunde, also eben im ersten Pack haben die Team of the Week auf jeden Fall gerettet. Und hier geht es auch direkt wieder mit dem Team of the Week. Los, Deutschland, Torwart und ein Leno. Das kann sein, dass wir eben deshalb wegen dem Team of the Week, die uns hier angezeigt werden, high-rated Goldkarten erstmal sich haben. Und im glücklichen Fall natürlich hinten dann ein Centurian-Spieler, der sich eben hinten versteckt. Das wäre natürlich der Traum. So, was haben wir? Cottoir, Alisson und Navas. Ciao, Kazele. Oh mein Gott. Und Koulibaly, Ruben Dias, das ist auf... Oh mein Gott. Und nur 21 Duplikate. Das ist doch schon mal ein guter Start. Das ist schon mal sehr okay. Jetzt bin ich gespannt, was hinten dran ist. Also 83er ein Paar, 81er. Klar, hier die ganzen Goldkarten, die silbernen, die noch kommen. Und nur 21 Duplikate. Da muss entweder dein Verein sehr, sehr leer sein. Perfekt. Iago Asparts auch noch dran. Da ist Leno. Also, Freunde, das ist ein ganz okay Set. Rated es mal von 1 bis 10. Schreibt es mal in die Kommentare, wie findet ihr es? So, Freunde. Nächstes Pack und wieder der Team of the Week. Das dritte Centurians, ein 100er Pack. Ja, Features, 87er Danilo. Sympathisch. Aber wieder ein Ruben Dias. Und nur 4 Duplikate? Oh, da ist wieder hinten ein Centurians dran. Ich hab's im Gefühl. Hinten Centurians. Come on. Oh, leider nein. Leider nein. Ab ins nächste, Freunde. Ab ins nächste. Schade. So, Freunde. Nächstes Pack und wieder ein Team of the Week, der uns hier anlächelt. Ja, Freunde. Ich hab auf jeden Fall, dass ihr durch eben, ja, diese Packs, die ich euch jetzt hier gezeigt hab, schon mal einen Ersteindruck bekommt. Eben von diesem Pack. Oh, Benzema. Let's go. Immobile. Und wie viel haben wir? 6 Duplikate. Mal schauen, was wir diesmal hinten dran haben. Wieder ein Centurians oder wie sieht's aus? Come on. Ja? Komm. Nein, leider nicht. Cater noch hinten dran, Freunde. Schade. Freunde, das soll es gewesen sein mit den Packs. Lasst mich gerne eure Meinung wissen. Öffnet ihr es vor dem Team of the Year, nach dem Team of the Year. Schreibt es euch an die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Schaltet wieder ein. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute. Noche voltar. Bis gleich. altas. 業 Odis.